Einen wundervollen guten Tag, meine herzlichen Willkommen zu unserem nächsten Thema nach den Gruppen, nämlich den Untergruppen. Wow, ja, eigentlich an sich ein einfaches Thema, weil man da einfach ein bisschen Gruppen üben kann, sozusagen. Und die Untergruppe ist definiert zu einer gegebenen Gruppe. Und das ist wichtig, denn wir haben hier schon einige Informationen einfach allein durch die Tatsache, sodass wir etwas als Untergruppe beweisen wollen oder zeigen wollen oder beweisen wollen, dass es nicht so ist und so weiter und so fort. Denn wir haben hier auch wieder diese Kringel-Operation und das muss dieselbe sein, ja. Die sind sich eindeutig gleich. Das ist dieselbe Operation. Und hier haben wir schon mal einen ganz klassischen Vertreter, für die, die jetzt gerade irgendwie was mit Informatik machen. Wenn wir hier die ganzen Zahlen und Plus haben, dann kann die ganzen Zahlen Modulo einer Zahl und Plus Modulo nicht Untergruppenfunktion haben, beziehungsweise kein Untergruppenverhältnis haben, weil diese Operation hier schon gar nicht dieselbe ist. Das heißt, das ist eine Sache, die ich euch direkt mal mitgeben möchte. Die Operation muss dieselbe sein, ja. Das zweite ist, U muss eine nicht leere Teilmenge sein. Das ist nämlich ein großer Teil von vielen Beweisen. Und wenn ihr das beweist, dass die Teilmenge U einfach schon ein Element haben muss, ja, wenn sie so definiert ist, wie sie definiert ist, dann habt ihr eigentlich schon den halben Beweis gemacht. Und das ist eigentlich schon wieder so ziemlich alles. Ähm, denn was man easy schlussfolgern kann, ist, dass das neutrale Element E auch wieder in unserer Untergruppe U drin sein muss. Denn, wie gesagt, die neutralen Elemente sind eigentlich eher zu den jeweiligen Operationen das neutrale Element. Ähm, das heißt, wenn ihr Plus habt, habt ihr im Normalfall immer Null als neutrales Element. Wenn ihr Mal habt, habt ihr normalerweise immer Eins als das neutrale Element. Und das kann man auch relativ gut sich zu Nutzen machen. Das neutrale Element aus, ähm, aus der Untergruppe ist eigentlich immer das von der, oder von der normalen Gruppe. Also schon ein Haufen, Haufen Informationen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Und was eine Untergruppe ausmacht, das sehen wir erstmal hier. Erstmal die Abgeschlossenheit. Das heißt, wenn wir zwei Elemente A und B innerhalb von U haben, dann ist auch A verknüpft mit B innerhalb von meiner Gruppe oder von meiner Untergruppe U. Das heißt, nicht, also klar, es ist auch in der Gruppe G drin, aber es ist auch auf jeden Fall in U drin. Das muss in U drin sein. Es darf nicht nur in G drin sein. Es muss auch in U sein. Und das ist super, super wichtig. Ja, und dann ansonsten gilt das Ding nicht als Gruppe. Also es ist quasi auch selber in sich eine Gruppe. Ja, es muss eine Gruppe sein. Und gleichzeitig muss es halt noch eine Gruppe geben, die mehr Elemente hat und eben auch dieselbe Operation. Und dann ist es eine Untergruppe. Genau. Das neutrale Element, ähm, E, ist auch natürlich in der Untergruppe drin. Und dementsprechend dasselbe neutrale Element wie in G auch. Und wir haben natürlich auch ein inverses Element A hoch minus 1. Das auch selbstverständlich in U drin liegen muss und nicht nur in G drin liegen darf. Ansonsten wäre U keine Untergruppe oder gar keine Gruppe, um genau zu sein. Und ja, ähm, jetzt einmal kurz die Frage an euch. Ähm, denkt mal ganz kurz nach. Fällt euch schon eine Untergruppe zu, sagen wir mal, Z und Plus ein? Einfach direkt eine Untergruppe, die super, super easy ist, die genau ein Element enthält und die eigentlich zu jeder Gruppe existiert. Na, das ist die sogenannte triviale Untergruppe, die enthält nämlich genau dieses neutrale Element und sonst nichts. Das neutrale Element mit sich selber ist nämlich normalerweise immer eine, äh, eine Möglichkeit hier. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel sagen, okay, wir haben Z und Plus, dann haben wir hier auch U und Plus, was im Endeffekt bedeutet Null plus Null. Naja, das ist halt auch wieder Null, weil wir das neutrale Element hier drin haben. Und dementsprechend ist das auch eine Gruppe. Und das inverse Element, ähm, ist es ja quasi auch. Und abgeschlossen ist es auch, weil ich nur U, ähm, oder halt zwei Elemente verknüpfen kann, die halt beides, ähm, das neutrale Element sind. Und dementsprechend habe ich hier schon eine Untergruppe für, ähm, für meine Zahlen Z und Plus. Diese Untergruppe, die triviale Untergruppe, könnt ihr eigentlich fast immer angeben, wenn irgendwie in einer Aufgabenstellung gefragt wird, hey, geben Sie doch bitte mal ganz kurz eine Untergruppe für diese Gruppe hier an. Dann nehmt ihr einfach, ähm, also wenn dabei steht, dass es die, nicht die triviale, oder dass es keine triviale Untergruppe sein darf, dann schwieriger. Aber, ähm, im Normalfall habt ihr da oft die Möglichkeit, einfach die triviale Untergruppe zu nehmen. Kleiner Funfact hier an der Seite allerdings noch, zu Z Plus gibt es noch ein paar Untergruppen. Und zwar die sogenannte Gruppe 2Z oder 3Z, 4Z und so weiter und so fort. Dieses definiert als folgendes. Und zwar als eine Menge aus, ich mache jetzt hier einfach mal von Hand irgendwas hingeschrieben, minus 4, also davor geht es natürlich weiter mit minus 6, minus 8 und so weiter und so fort, minus 2, 0, 2, 4 und so weiter und so fort. Und das ist auch eine Gruppe. Das ist tatsächlich auch eine gültige und in dem Fall nicht triviale Untergruppe von Z Plus. Und das ist super cool. Ähm, das heißt, wir können hier jetzt den Beweis machen, dass theoretisch 2, äh, 2Z und der Operator Plus auch eine Untergruppe von Z sind. Dazu müssen wir erstmal beweisen, dass das neutrale Element immer noch neutrales Element ist. Naja gut, 0 plus 2 ist immer noch genau wie davor, eben 2 plus 0 ist immer noch genau wie davor, eben 2. Das heißt, das ist natürlich auch drin. Ja, wir haben das neutrale Element drin. Jetzt müssen wir aber uns noch angucken, ist das Ding wirklich abgeschlossen und haben wir alle inverse Elemente drin? Naja gut, zu jedem, ähm, normalen Element, also 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter und so fort, ist ja auch meine negative Zahl drin. Dementsprechend habe ich auch hier mein inverses Element drin und damit haben wir das hier eigentlich auch soweit abgehakt. Und damit bleibt eigentlich nur noch die Abgeschlossenheit und die Abgeschlossenheit ist das Schwierigste hier bei der Untergruppe zu definieren. Ähm, wie gesagt, für die Triale ist es total langweilig, aber, ähm, die Abgeschlossenheit hier müsste man sich jetzt überlegen, wie man das macht. Wichtig ist jetzt allerdings, da wir ja nur gerade Zahlen drin haben, ähm, können wir das zumindest mal annehmen, ja. Wenn wir nur gerade Zahlen hier drin haben, dann ist ja jede gerade Zahl, also wir haben ja definitiv gesagt, jede gerade Zahl, ob positiv oder negativ, soll hier bitte drin sein. Und da die Gruppe so definiert ist, und wir haben ja schon mal einen schlauen Beweis gemacht, ja, dass wenn ich zwei Zahlen addiere, dass dann auf jeden Fall wieder eine gerade Zahl bei rauskommt, kann ich diesen Beweis eigentlich benutzen, um zu beweisen, dass 2z auch wirklich abgeschlossen ist. Weil natürlich, wenn hier nur gerade Zahlen in die Addition reingesteckt werden können und nur gerade Zahlen rauskommen, aber jede gerade Zahl hier drin ist, dann ist das auch automatisch abgeschlossen. Und, ja, den Beweis, den findet ihr in der Playliste, den haben wir schon gemacht. Und in dem Fall, ähm, ja, haben wir eine echte Untergruppe U gefunden. Äh, in dem Fall setzen wir einfach U gleich 2z und die Operation ist plus selbstverständlich, weil es dieselbe Operation ist wie in der Obergruppe. Cool. Fun Fact, das Ganze funktioniert auch für 3z und so weiter und so fort. Ja, also 3z würde auch funktionieren, ähm, wenn ihr hier eben nicht 0, 2, 4 macht, sondern 0, 3, 6 und so weiter. Aber das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, könnt ihr aber auch mal probieren. Und, ja, dann hören wir uns auch schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.